Auf der anderen Seite, nur Männer sitzen, ich brauche überhaupt nichts sagen, ich rede dann überhaupt nicht über feministische Außenpolitik, das passiert von ganz alleine, weil sofort kommt als allererstes entweder so ein Spruch, weil man nicht weiß, was man sagen soll, gut, dass Sie hier für die Schönheit im Raum gesorgt haben, meine Antwort ist meistens, ja zum Glück auch für ein bisschen Intelligenz.